Rund 81 Millionen Euro hat der FC Bayern in dieser Transferperiode für neue Stars ausgegeben und nur knapp eine Million Mitspieler, Abgängen eingenommen. Keine gute Bilanz in finanziell schwierigen Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie hat der Rekordmeister ohnehin einen Umsatzverlust von 150 Millionen Euro. Bild nimmt die Transfers von Sportvorstand Hasan Salihamidzik, 44, unter die Lupe und erstellt ein Transfer, Zeugnis für die Zu- und Abgänge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020